... ... ... ... ... ... ... Geil. Wir haben erstmal wieder ein bisschen gewartet. Warte, jetzt macht das Ding wieder zu. Ich bin auch scheiße. Ich will gerade Eistee einschütten. Oh. Erstmal Wasser lassen. Alles klar. So, ich hoffe, das passt jetzt soweit hier alles gerade. Ja. Mein Internet ist irgendwie ein bisschen sch... Ich bin zu dumm zum Eingießen, ne? Ich hoffe, Internet und so funzt alles. Ich habe Summlers Inwerbungen im Hintergrund. Alles klar. Glaub ich. Oder irgendwas LOL-mäßiges. Ähhh. Ja. Ich warte gerade noch mal kurz, weil irgendwie ist mein Internet gerade ein bisschen scheiße. Ich merke es gerade selber. Also, Upload ist schwierig. Scheint normal zu sein. Aber irgendwie... ... 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 Oberbänger hat eine Girlfriend, yo. Es ist eigentlich die, die du nicht rapen solltest. Das wäre auf jeden Fall witzig. Dann haben unsere Ratschläge dir ja geholfen. So, haben wir es jetzt endlich. Kann ich jetzt endlich anfangen? Hier. Gescheit, ne? Alles klar. Wir kommen zu Cry of Fear. Stream! Ich bin der Hoffnung, dass wir das Spiel heute durchbekommen. Das wäre ganz schön awesome, weil ich bin nächste Woche sowieso nicht da. Ich bin da, aber ich habe Besuch. Warum sage ich, bin ich da. Egal. Und von daher würde ich da nicht streamen können. Deswegen wäre es natürlich cool, wenn wir das heute durchspielen. So. Gut. Ich glaube, ich fange mal an. Ihr habt ja auch, wie eine weibliche Version von einem Kumpel. Und wie geht's? Ganz gut. Ich war heute mal wieder nicht produktiv. Ich habe immer den ganzen Tag nur, wie das gar nicht gespielt. Aber ansonsten, ich bin natürlich auch schon heute seit ungefähr 8. Kurz vor 8 aufgestanden, weil wir heute nämlich wieder so eine Schule für Scheiße hatten. Bzw. wir mussten nochmal einen Schule so Unterricht für Arme machen, quasi. Heute wird der Chat geraped. Ach, du Scheiße. Brauchst du noch keine Sorgen haben. Ich glaube, äh... Max ist nicht da. Also. Äh, äh... Jones. So. Seinen Namen gerade vergessen. Falls es heute schon ist, weil er dann irgendwann nicht mehr da ist. Stimmt. Ich erinnere mich, dass ich ja so dumm war, äh... hier weiterzuspielen. Ich erinnere mich gerade wieder. Use the mouth to look around or, äh, use the tag to cancel. Äh... Wie war denn das nochmal hier, ne? Da hatte ich doch so... Warte mal hier. Das hatte ich doch. Äh... Bläh. 5, 1, 1. 7, 3, 9, 7, 9. Fühlen ist hinten gegangen. What the fuck? Das habe ich ja beim letzten Mal schon versucht hier, ne? Ich glaube nämlich, ich habe... Boah, ich habe heute mein Handy mal hier aufgerufen. Was mache ich hier? Boah, ich bin zu dumm, meinen Code einzugeben. So. Dankeschön. Äh... Moment. Boah, das ist voll der penetrante Ton, ne? Ich muss mal kurz... Nachrichten checken. Okay, gut. Habe nur Scheiße hier gemacht. Ich hatte doch noch das Bild vom letzten Mal, ne? Ja, warte mal. Ich such das gerade nochmal. Boah, das ist noch gar nicht so lange her. Hier, zack, habe ich schon. Das ist nochmal. Vielleicht haben wir am letzten Mal mich vertippt oder sowas. Nochmal, wie geht's? Ganz gut, habe ich gesagt. Außer, dass ich heute schon seit... Acht... ...Uhr... ...ungefähr... ...auf bin. Häh? Ich habe mich beim letzten Mal vertippt oder so. Der hält ein Shadow mit Zahlen wahrscheinlich. 5749. Okay. Was geht hier ab? 5749. 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 Dankeschön. Oh mein Gott. So. Ähm... Noch mal wieder. Sorry. Noch mal wieder. Gronkh schaut auch zu. Traut sich aber nicht was zu schreiben. Alles klar. Gronkh. Bin mir sicher, du kriegst es fertig. Anwesend. Äh. 5749. Der, der das Schild noch hielt, warst du im Rollstuhl. Da fangst du. Wett hier umherst. Gut. Kleiner als 33333333. Es sind, es gibt viele Zahlen, die kleiner als 333333 sind. Gronkh wieder die mathematischen Sachen. Hey Templar, ich hab in, äh, Mathe zwölf Punkte geschrieben. So. Just for your information. Inventory. Ne, das brauch ich ja nicht mehr, ne, ja. Droppen. Kleiner als 2. Okay, jetzt CSGO aim. Ach. Ich hab gleich vorhin nochmal speichern sollen, wa? Als ich die ganzen Scheiß gemacht hab. Ich ruhe. Äh. Watt? Kam ich nicht grad von da? Dad? Er ist mein Vater. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Bof. Headshot. Habt ihr das gesehen, Alter. Mein CSGO. Auch egal. Oh. Ist aber falsch. Wusstet ihr, man kann nämlich auch zoomen in dem Spiel? Hab ich rausgefunden. Ach du Kack. Haha. Oh, ich bin so. Kann man so. Äh. Ja, ein Schuss geht daneben. Hehe. Ich glaub es ist sogar klüger, das so zu machen. Da hab ich ein bisschen mehr Überblick. Ey, die Typen Gangster. Jetzt maul, ich bin gleich tot. Wir haben immer ein bisschen was abgezogen, ne. Das ist schon mal viel für mich. Oh, richtig in den Kopf geballert. Ich bin gleich tot, würde ich sagen. Man kann zoomen. Krass. Ah, ich hab grad gegen den gespuckt. So. Warte mal. Hat das jetzt funktioniert? Ja. Hehe. Cool. Muss ich gar nicht nochmal neu machen in den Scheiß. Das find ich aber angenehm. Okay. Hm, spannend. So, ist eigentlich die Kamera besser als das letzte Mal. Weil irgendwie war ich letztes Mal so. War ich irgendwie mal hier zu sehen. Ist mir mal aufgefallen. Muss aufrecht wie so ein Ficker hier sitzen, Alter. Äh. Drop. Nehmen. Nehmen. Oh mein Gott. Äh. Hatt ich eben nicht nur drei Munition? Sehr frech. Ich fühl mich sehr alt hier. XD Äh, was? Spray ist als wenn's ne AK-47 ist. Lernen Spray Control. Hehe. Ich weiß sogar was Spray... Ich hab das in die Luft geworfen. Ich weiß sogar was Sprayen bedeutet. Ne? Lass mich mal... Anfangen. Da ist er. Du bist tot. Du bist so tot. Das will was heißen. Ey, in... Drei Wochen... Bin ich ungefähr 18. Ich fahr also abgelenkt. Da konnte ich grad nicht schneller reden. Muss grad kurz nochmal überlegen, wie alt ich eigentlich war. Oh du... Arztloch, Alter. Mach wieder CSGO. Taktisch. Hä? Ja, der hat mich hier hinten, glaub ich, nicht getroffen. Und wie der ID-Tooten-Gangster? Da kommt da schon der ID-Tooten-Gangster. Hier, der da hinten? Ja. Ich kasse... Fick dich! Alter, wie oft hat der mich hier jetzt getroffen? Das war jetzt aber gar nicht cool. Okay, eine Kugel hab ich noch. Werde ich ihm so rein rein... Reinzimmern, ja. Bam! Hab ich getroffen. Das Blöde ist, dass ich auch wieder weit tot bin. Ich glaube nicht, dass hier noch mehr ID-Tooten-Gangster ankommen. Das ist sehr nachladend. So kann ich in der Zeit da hinrennen und ihm ordentlich einfach was im Maul geben. Ich bin so scheiße im Ziel, ne? Ich bin so scheiße für Ego-Shooter. Das tut mir auch wirklich leid. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um da hinzuzielen, ne? Boah, ich bin ja gleich tot, ey. Aber ich kann mich ja noch einmal heilen, ne? Ist ja kein Problem. So soll ich das vielleicht bald mal wieder tun, ne? Ich geh auf Nummer sicher. Ah, ich kann da bestimmt dann hinrennen, aber ich hab Angst. Ich lese... Ich sag mal Kommentare. Ich lese Chat gleich. Oh, der hat gesessen. Na, okay. So viel hat er... Ich muss mal nachladen. So viel hat er gar nicht mehr. Na, da könnte ich sogar mit einer Menge Potions-Skill und cooles schaffen. Ich bin noch... Ist doch früh am Abend, ja? Ich hab noch... Motivation. Sieht gar nicht gut aus. Na, doch. Der Doktor. Der Doktor ist da. All die Tüten-Gangster. Du hältst es mal ganz schnell in dein Maul, ja? Dankeschön. Simon, die Pils by itself won't make you feel better. You have to do something more than that. I recommend that you try a new model treatment called Cognitive Therapy. What's that? Well, it's a set of exercises you do. A way to forget the past. All the bad memories and exciting you have. Are you interested in books, Simon? I don't know. Why? All right. I just wanted to find out. Because I want you to try out something. I want you to write a book. A book about how you feel. Do you think you can do that? I guess so. I can try. Oh, no. No. Erstmal Gesicht zertreten. Was hat er eigentlich getan? Also er hat... Okay, er hat mir in den Föder geschossen oder sonst? Only save at home. Ich hab auch mal geguckt, ne? Ich hab ja gesagt, dass ich geguckt hab, wie viel ungefähr noch fehlt. Und das ist das vorletzte Kapitel. Magnum kann ich mitnehmen. So. Ich fühle mich alt. Ja, ja, ja. Wieso? Wir werden in vier Tagen 16. Sweet 16. Ich habe bald eine... Zwei als erstes Zimmer in meinem Alter. Ungefähr 18. Gut gesagt. 20 Jahre, ein fünftiges Leben schon hinter dir. Oder ein viertel, je nachdem. Irgendwas zwischen ein fünftel und ein viertel, schätze ich. Hofft man, ne? Wenn es mies läuft, dann ja. Mal gucken, wie ich so leben werde. Boah, wie viel tiefgründig hier. Schafft. Jetzt ins Face, Leon. Ins Face. Bevor es 21 Uhr wäre, hast du den Dock schon aufgehalten? Richtig nice, Leon. Ja? Voll brutal. Die Gesichtszertretung. Ja, das war, äh, gesundbedürftig. Ich bin manchmal 18. Oh, dass ich das sowas sehen darf. Okay. Vor allen Dingen. Ich weiß immer, dass ich Munition einfach unendlich mitnehmen kann. Von jedememgegen. Scheiß. Aber ich kann, aber ich kann nicht, keine Ahnung, drei Sachen auf einmal mitnehmen. Dass meine Hosensatel zu eng für. Oh mein Gott. Moment, dann machen wir kurz. Drop. You. Der Equip. Strong stuff nehmen. Und das wieder aufheben. Guck mal, ich kann nicht. Warte mal, oder? Ne, ich kann nicht ganz auf dem Boden. Also nicht ganz 90 Grad nach unten gucken. Cool. Okay. Was machen hier, ne? Ich hab jetzt hier Schlüssel. Warte mal, wofür sind das? Backdoor. Backdoorin? Was? Ist hier irgendwo eine Backdoor oder ist die irgendwie unten? Ach, unten war ja eine, ne? Warte mal. Ich erinnere mich gerade wieder. Ja, vielleicht ist das denn schon dreimal geguckt. Das reicht mir. Gut, das ist mal ein Kommentar gesehen. Und gelöscht. Natürlich habe ich ihn gelöscht. Ich lasse immer alle Kommentare. Hat schon das eigentlich gespoilert? Hm. Aber egal. Sollen sie nicht Kommentare lesen, bevor sie ein Video gucken? Okay, dauert drei Stunden fast. Aber egal. Jetzt sind wir im Zoo. Cool. Was zum Teufel? Ach, ich war wieder auf den falschen Tasten. Oh mein Gott, Alter. Ich reiß wieder alles kaputt hier. Sieht so komisch aus hier. Egal. Ja, ist normal. Glaube ich. Diese Falte dort. Aber ich sei aber zu merkwürdig. Oh Gott. Aber hier war die, ne? Ich hab grad... Äh, ja. Dreimal würde mir auch reichen. Ich hab es nicht zweimal gesehen. Och, leistend kann man sich immer wiedergeben, glaube ich. Wie gesagt, ich hab's schon gesagt. Ich fähr's wahrscheinlich demnächst. Äh, in den Ferien. Oh. Ach so. Oh, deswegen das Gequitsch... Äh, Quitscher. Gezwitscher. Es ist Tag geworden. Die Monster wohl immer noch unterwegs. Ähm, ich wollte grad noch sagen... Ach, die leeren auch. Moment. Oh mein Gott. Irgendwie hab ich immer dieses, äh... Immer hab ich dieses Ohrteil immer an den Streams. Ist mir immer aufgefallen. Sau oft. Ist ja immer zu, weil ich immer am Samstag das Ding anziehe. Ich hab auch andere. Keine Sorge. Ähm, der Kommentarbereich ist für jene gedacht, die über das Video diskutieren wollen. Und da darf man dann auch über den Inhaltsvideos sprechen. Ja, find ich eigentlich auch. Wobei ich mir auch öfter Kommentare durchlese, bevor ich was, äh, zu Ende gucke. Aber gut. Dann muss ich mich grad schicken. Gut, ich fahre sie mir jetzt wahrscheinlich nochmal spielen und dann nochmal mit anderen Entscheidungen und so. Da hab ich richtig Bock drauf. Aber alleine. Richtig schön im großen Fernseher. An dem der da hinten steht. Der jetzt zwar nicht groß ist, aber... Groß ist mein Bildschirm hier. Aber hier war ich ja so gesehen nicht, ne? Gucken wir mal, ob noch Gegner kommen. Stimmt, ja. Sonst würde hier keine Munition rumliegen. Aber wie gesagt, so lange ist das Spiel ja nicht mehr. Nicht, dass wir das jetzt irgendwie hier innerhalb kürzer Zeit durchspielen, ne? Das wäre auch ein bisschen kacke. Also, wenn ich mich kenne, brauche ich einfach noch 50 Jahre alleine mit einem Endboss oder so. Ist doch not. Was machen wir denn danach? Falls das, äh, gleich schon vorbei ist und ich nur Lust hab. Hm. Ah, ne, wir wollen noch nicht hier, ne? Ich werde noch nicht so viel spekulieren. Äh, das ist natürlich schade, wenn man dann gespoitert wird. Aber das Risiko darf man daneben nicht eingehen. Mein Fernseher ist mein Bildschirm. Ja, war es bei mir auch mal. Aber dann ist mir das irgendwann ziemlich auf die Eier gegangen. Vor allem beim Aufnehmen. Aber ich will mir jetzt demnächst mal ein Kabel holen, ein VGA-Kabel, womit ich... Mein Bildschirm ist mein Fernseher. Wow! Ach, hier sogar ein Schür. Ähm. Womit ich dann quasi so umschalten kann. Dass ich aufnehme und so halt die größten Zeit mal hier mache. Und wenn ich dann schön mal zocken will oder Videos gucken, wir dann filmen, kann ich dann schön am Fernseher machen. Das ist mein Ziel. Und das sieht tatsächlich für dieses verhältnismäßig nicht so schönes Spiel sehr schön aus. So, dankeschön. Oha. Ach cool, ich kann ja sogar fahren. Okay. Use... Scheiße, irgendwas. Ich habe das hintere gar nicht gelesen. Use key to irgendwas. Okay. Hey. Ich habe eine Nachricht erst nach Abschicken meiner gesehen. Fies. Simon sieht ein bisschen komisch aus. Sind seine Beine nicht texturiert? Oder sein Schritt? Guck dir das mal an. Seine Eier. Das ist irgendwie ein Loch drin, oder? Das ist der Hintergrund vom Boot. Oder? Oder sieht das gerade nur so komisch aus? Kann doch auch sein. Vielleicht ist es doch einfach die Jacke, die bis zu uns hingeht. Boot reiten. Komm, Leon. Boot bauen. Äh, äh, Boot bauen. Boot bauen. Boot. Ah, seid ihr schon mal gerudert? Ich ja. Das ist gar nicht mal so unanstrengend auf Dauer. Weiß mal sowieso Kajak fahren, als ich meinen Kollegen fast umgefahren habe. Ah, schön. Covitch. Hoffentlich kommt jetzt ein Gewitt wahr. Oh, das ist ja witzig. Die Beleuchtung ist aber gar nicht mal so scheiße, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist halt, ähm, jetzt dafür, dass die Half-Life-1-Engine und so ist, ne? Bin früher immer gerudert, bin immer noch traumatisiert. Dann hab's auch gerudert. Macht voll Spaß. Juice, juice. Achso, E. Ehe.